ARD Text im Auftrag von Funk Sauerland ist jetzt irgendwie nicht so ganz so weit weg Nein, eigentlich ist es Sind wir im Sauerland? Irgendwas habe ich gerade nicht ganz verstanden Was hast du gesagt? Ist das ein bisschen doof heute? Ursa aus dem Sauerland Aus dem Sauerland Was auch immer Pass auf, wir versuchen das einfach mal Was passiert, wenn ich dieses Red Sonnedron versuche zu herstellen, ohne dass da was drunter ist Daisy Seed Und Red Tulip Seed Ja, natürlich sagt mir der Märkische Kreis was Ich bin regelmäßig in Halfa und Lüdenscheid Und so Chormäßig Spoiler Ah ne, halt, warte So, Daisy Und Red Tulip Das habe ich nämlich schon mal zusammen gemacht Aber Richtig Daisy Red Tulip Jetzt lass uns mal gucken, ob das formuliert Ich bezweifle es Aber man kann ja immer noch hoffen Ja, Miri studiert in Iserlohn Hey So, wir versuchen unser Glück Wo sind denn diese Cropsticks Mal gucken, ob das funktioniert Da hat einer geschrieben, er hat eine Idee bekommen Okay, lesen wir mal durch Äh Wo man eine unendliche Lava nachkommt Dingsbums und so Mit Dispenser und Lavaeimer Okay Und wie? Ohne den Red Stone Block bekommst du kein Red Stone Seed Aber das kann ja nicht sein Ich meine, die können hier eine Quest machen Wo ich das brauche Ähm Um das herzustellen Aber mir nicht die Möglichkeit geben Das herzustellen Das ist doch Ist doch total Banane Ganz schön gemein Kann ja nicht sagen, dass das Dass das Sinn ist Ganz schön gemein ist das Oder? Was sagt ihr dazu? Komm, wir versuchen es wenigstens mal Probieren geht über Stukadieren Bei Lobi, welche Fremdsprache hast du gelernt? Ja, Englisch Mehr aber auch nicht Mein Englisch ist immer noch ziemlich Hattest du nicht auch Latein? Kacke Ja Ein halbes Jahr Oh Äh Wenn du Gravel Sand und das zerstellen willst Kannst du auch Pulverer sein Ja stimmt Das ist auch eine gute Idee Der Hammerize war nur Glaube ich Glaube ich ein bisschen billiger gewesen Am Anfang Äh Eine Kiste Ein Hopper und ein Vakuum Hopper Hm Red Stone hast du genug? Nein, hab ich nicht Ich hab Drei Wo ist das genug? Sagt mir das Red Tulip Ja, okay Ich kenn das auch nur so Dass da eigentlich was drunter sein muss Damit es funktioniert Aber Unter was? Unter der Erde muss noch was drunter sein Damit da die nächste Pflanze draus vegetiert Aber ich dachte vielleicht Nee Nee, nee Das klappt so Wird so nicht klappen Nicht? Schade Okay Was machen wir denn dann? Ja stimmt Meine Riesenkiste Hey, hier hab ich doch eine große Kiste Die wollte ich doch verwenden Für Für die Erze eigentlich Dann machen wir das jetzt da Hey Pass auf Ganz einfach Wie, du hast gesehen Dass ich 19 hatte 19 war's Spiel dir heute noch Star Wars Nee Star Wars ist heute nicht Heute ist nur Minekraft Felder bepflanzen Mienekraft Immer was Helder bepflanzt Hallo Hallo Bisschen was durch die Gegend gehüpft Was soll's Wie was durch die Gegend gehüpft So, jetzt dürfen wir auch nicht mehr das Problem haben Dass hier die Sachen da nicht mehr reinpassen Ne, Leute Ist jetzt mehr als genug Platz drin Ne, die Chefs kommt da nicht rein Gold noch Glows down Kein Fauder Ist auch hier raus Kommt rein So, nur das Zeug noch irgendwie da rein kriegen Und dann haben wir hier Ein bisschen mehr Platz Ein bisschen einfacher Mit den ganzen Erzen hier Und kann die Sortierfunktion auch ein bisschen Ich hab was ganz Leckeres für dich gekocht Ja, so lieb von dir Ja, was ganz Leckeres Was denn? Weil ich dich liebe Ich will keine Spinnenaugensuppe, bitte Nein, bitte Guck hier Hier Das sind giftige Kartoffeln Und die hast du nicht gekocht Weil ich dich liebe Ja, weil du Und deswegen soll ich sie essen? Weil ich dich liebe Na gut, ich liebe dich so sehr Und ich vertraue dir Ich esse die Kartoffel Was? Du isst die Kartoffel Das ist dämlich Wenn du jetzt an der Kartoffel stirbst Ich liebe dich Du stirbst jetzt an der Kartoffel Da bist du schuld Das weißt du, ne? Bist du gestorben? Nein Oh scheiße Ich hole noch ein paar Ha, Arsch Okay Jetzt tun wir noch hier ein bisschen Die Erze darüber in die Kiste Dann haben wir hier die Kiste auch Hier kommen dann nur noch Fertige Barren rein Wobei die Barrenkiste ist ja auch noch woanders Iiii Erstmal die ganze Scheiß los werden Dann haben wir hier Eine Kiste Wo das ganze Zeug reinkommt Das ist dann ein bisschen Übersichtlicher Für die Zukunft auch Ja Na, 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 na Skystones Let the sky fall Black spinner is following you Willkommen bei den Unfähigen Ohne Huttenkiller Ohne Huttenkillern Das, warum brennt das eigentlich immer Andauernd Jemand im Chat schreibt, ich soll dich schlagen Nein Jemand im Chat hat das nicht zu bestimmen Nicht mich nass spritzen Das ist besser Ich komme nicht Nein Pfff Du hast mir meinen Mund gespritzt Du Eke Äh, das klingt auch noch falsch Hör auf Besser als schlagen Und außerdem Oh, unsere Drachenfrucht ist gewachsen Oh Oh, heilige Drachenfrucht Die heilige Drachenfrucht Achievement Get Huttenkiller Mhm Ja Wovor träumt ihr eigentlich alle nachts? Ah nein, das will ich nicht wissen Von Huttenkiller Hoffentlich Von Miri Ihr träumt alle von Miri Gebt's doch zu Aber ist meine Freundin Finger weg Ja Hast du gerade unsere Zuschauer ausgerillt? Sehr nett von dir Ja, ich weiß, danke Okay, also eigentlich hat das Herz hier dringend nichts verloren Und dies Das habe ich vorhin reingelegt Weil ich nicht wusste, wohin Von dem Barren und den Nuggets tun wir auch nicht rein, würde ich sagen Die tun wir hier vorne in unsere Kiste Nein Oh, so eine Kacke Was hast du gemacht? Ich habe aus Versehen mit der Mattock einmal zu oft auf dem Feld aufgehauen Oh, hast du eher Wasser Jetzt habe ich ein Wasserloch gemacht Glückwunsch Bin so stolz auf dich Ich auch So Du bist ein bisschen übersichtiger geworden das Ganze, oder? Finde ich zumindest Ja, du hättest gerne Facecam gehabt Das glaube ich dir Ha Nächstes Mal Miri muss mich vorwarnern, dann mache ich Facecam an Mach ich jetzt mal kurz Facecam an Nein Warum? Warum soll ich? Du willst mich nass machen Was? Ich will dich nicht nass machen Doch, willst du Nein Ja, Entschuldigung Mockflock, herzlich willkommen Aber du bist kein neuer Follower Deswegen habe ich dich noch nicht willkommen geheißen Das geht nur für Leute Ähm, ne Die Sonne geht gleich runter Sun Sun going down on me Es müsste doch irgendwo die Möglichkeit geben, Redstone zu kriegen Es ist so nervig, dass ich das nicht habe Oh, die Sonne ist unten Komm schnell ins Bett Schnell Schneller Du bist zu langsam Ich bin schon im Bett Du Arsch, bist du einfach vor mir ins Bett gegangen Gute Nacht Ja klar Au Was war Das ist nicht dein Ernst Du Dovi Ne Hopperklock Ich brauche keine Klock Ne Klock kann ich so bauen Morgen Guten Morgen Morgen Guten Morgen Gut geschlafen Naja Warum? Geht so Warum? Irgendwas passiert? Du hast mich wachgehalten So, Redstone to drawn Redstone to drawn Drone to drawn Dust Dust in die Maschine Müssen wir halt jetzt einfach nochmal zusehen Dass wir ein bisschen Äh, das Gravel hier Nicht Cobblestone umwandeln Damit wir einfach noch ein bisschen mehr Redstone kriegen Dann kriegen wir das noch hin Hätte ich vorhin nicht so viel verballert, ne Für Das andere Zeug Hätte ja vielleicht noch was Aber nein Da hinten ist ein Ei Überm Abgrund Nein, rette es Nö Du hast nicht das Recht Nö zu sagen Nö Außerdem sehe ich hier gerade Sind hier Nein Ist runtergefallen Was? Nix Was ist runtergefallen? Nur ein Block Ich brauche Auf dem Quest Ich kann ja nicht alles mit Erde ersetzen Das sieht voll kacke aus Dann lieber Hessin Der sieht schlimmer aus Was glaubst du eigentlich Wie alt deine Zuschauer sind? Ach, ich würde sagen Zwischen Ähm Was sagt Google Analytics mir immer? Zwischen 8 Und 48 Ach ja, okay Es gibt auch 65 Jährige Laut Google Analytics Stimmt Wer auch immer von euch so alt ist Und so eine Statistik verursacht hat Herzlichen Glückwunsch Ja So Haben wir drei neue Mustards Wie live Natürlich live Wie live Nee Wir sind nicht live Das war nur Zufall Dass das gerade jetzt gekommen ist Ja Das ist aus Versehen Aus Versehen Es gibt doch Lava Generatoren Kommt schon Strom Strom sollten wir Irgendwie auf kurzer Lange Relativ gut hinkriegen Sonst mache ich irgendwann Das mit Mit Botania Lava Generator Seht ihr Boah Scheiße Ich muss meine Mattauk reparieren Ah Es ist teuer Ja Meine Mattauk reparieren auch Ah In the face King Willkommen beim Unfegen Wo hast du Fähnchen getan? Alles hier vorne in die Kiste Alles hier vorne Hier in die Kleine Aber Das ist eine kleine Kiste Sie ist so winzig Mhm Wie soll ich damit So winzig So eine kleine Kiste Wie soll ich damit Irgendwas anfangen Da passt ja gar nichts rein Baloui ist 65 Also sein eigener älteste Abonnent Da Sind wir wieder lustig Achso Deswegen habe ich Einen 65 Jährigen Als Abonnent Ah Haha Okay Ich bin ehrlich Ehrlich überfordert Wo ich weitermachen Ach guck mal Munter Mob Huntern Wie viel ich fertig habe Okay Dankeschön Brains Erstschart Ja ja Slime Noch ein Slime Selbstmeng Ja ja Alles super hier Slimes killt Nicht so viele Ja ne Blizz 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 Oh das ist Blizz Powder Okay Ja ich habe einen Spot Dafür Miri müssen 30 Schweine töten Wow Wir haben eins Wenn du anfangen möchtest Mach das erste Tod Oh Mann Ne danke Ach Leute Wo mache ich denn jetzt weiter Ich bin echt sehr verwirrt Weil ich nicht weiß Was ich mache Darf ich scannen Miri Bitte Aber das ist scannen Oh nein Aber bitte Oh nein Dann rast du wieder nur mit dem Scanner in der Hand rum Und fällst du über den Abgrund Nein Nein Würde mir nie passieren Nein Warum geht es bei Plain and Logistics nicht weiter Bist du damals nicht in Schein ständig in das gleiche Loch gekommen Das war aus Versehen Aha Aus Versehen Machen wir jetzt hier weiter Workshop Table Ein Charger 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 Kann ich bitte irgendwo weitermachen Wo es cool ist Wo es irgendwas Gutes gibt Wo es auch weiter geht hier Sifting Gras Topiary Gras Was ist denn Achso Wartet mal Topiary Gras Keine Ahnung was das ist Ja scheinbar noch coole Zeiten Das steht auf jeden Fall Schon so lange her Ja irgendwie schon Okay Das machen wir das einfach hier Ich muss einfach ein Einmal Zack Zack Und noch Glühstein Zack 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 Und passt auf Jetzt machen wir ein Endstone Geil, hä? Weiß zwar noch nicht wofür ich es brauche Was hast du gemacht? Ein Endstone Ich darf eine Enderperle Aber dafür habe ich wieder eine Quest fertig Wow Ich bin so produktiv Nur weiß ich immer noch nicht Hä? Du meinst du bist der jüngste Quentin Miao? Quentin Miao? Wie Quentin Miao? Sehr interessanter Name Miao Quentin Miao Miao Wie viel Zeug wir haben Ich möchte mal den Quenari Guck mal Ich könnte alleine damit schon Eine ganze Armee Oh da ist das ganze Redstone drin Oh fuck yes 25 Redstone Das haben die Monster gedroppt Das ist voll geil Natürlich Das macht ja Sinn Nein Eigentlich nicht Das ist natürlich Monster Dürfen redstone Manchmal Dürfen Ich bin so geil Und das ist voll geil Und ich habe das